Fotos wie gemalt. Künstler werden auf dem Mac ist ganz einfach. In diesem Film zeige ich, wie aus einem Foto ein Bild mit Gemäldekarakter wird. Auf einer Paddeltour im Spreewald entstand das Foto der Spreewaldpuppe in Tracht samt Kahn. Das Püppchen stand auf der Schleusenmauer und sammelte im Kahn den Obolus der Paddler für das Schleusen ein. Auf dem Originalfoto, aufgenommen mit der Olympus, sieht man Schmutzspuren im Puppengesicht. In Lightroom 5 kann ich diese Spuren beseitigen und die Farben lebendiger machen. Dieses retuschierte Bild ist mein Input für das Programm PaintMe. In PaintMe wähle ich zunächst aus den Voreinstellungen unter Apply Presets eine vorgegebene Variante aus. Mit Hilfe des Schiebereglers kann ich die Zeitdauer der Fertigstellung und damit die Genauigkeit der Umsetzung steuern. Dieses Foto gibt mir einen ersten Eindruck der ausgewählten Einstellungen. Ich erhalte so Hinweise darauf, bei welchen Parametern ich weitere Änderungen vornehmen kann. Hier sehe ich, dass die gewählten Vorgaben im Gesicht zu grob sind. Ich ändere die Einstellungen bei Color Effect Strength, Stärke des Farbeffekts, und Color Effect Precision, Genauigkeit des Farbeffekts. Jetzt wähle ich eine Fertigungsstellungsdauer von 50 Minuten. Es entsteht dieses Bild. Das Ergebnis zeigt eine getreuere Darstellung mit besserer Detaillierung, vor allem im Gesicht. Mit Hilfe von Photoshop lasse ich das Gesicht des in Lightroom verbesserten Fotos durchscheinen. Anschließend füge ich den Augen weiße Glanzlichter hinzu. Abschließend retuschiere ich die graublaue Fläche an der linken Seite weg. Diese graublaue Fläche verwende ich als Wasser unter dem Kahn. Letzten Endes mache ich noch kleine Korrekturen an den weißen Glanzlichtern auf den Augen. Und fertig ist mein Spreewaldmädchen. Hier zum Vergleich das Originalfoto. Und hier das Ergebnis nach den verschiedenen Änderungen in Lightroom, Paint.me und Photoshop. Probieren Sie es doch selber mal aus und laden Sie die Testversion von Paint.me. Ich liebe es doch selber mal aus und laden Sie das weiter. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020